Hey, cool, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute zeigen, wie man probier's mal mit Gemütlichkeit spielt. Bekannt aus dem Dschungelbuch. Das Ganze auf der Ukulele. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar hier unten bei uns im Shop findest du den Ukulele-Crash-Kurs für zu Hause. Ob mit Ukulele oder ohne Ukulele, ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert in einem anderthalbstündigen Crash-Kurs. Und ich freue mich darauf, wenn du mit einschaltest. Und du kannst natürlich auch Unterricht bei uns bekommen und bei mir bekommen. Also, im Shop bestellen und jetzt geht's los mit probier's mal mit Gemütlichkeit. Wir brauchen für probier's mal mit Gemütlichkeit eine ganze Menge an Akkorden. Aber das macht das Lied eigentlich auch so anspruchsvoll und so interessant. Weil es eben nicht immer nur die gleichen Standardakkorde sind, sondern weil man da wirklich ein bisschen herausgefordert wird. Und es passt irgendwie zu der heutigen Zeit. Wir starten mit dem F. Danach geht's weiter auf das F7. Hört sich ein bisschen anders an. Danach geht's weiter zum B oder auch B-Flat genannt. Zum D7. Das könnt ihr greifen so, wie ihr es ganz gerne möchtet. Weiter geht's mit dem G7. Das C7. Ein G-Moll. Das B-Flat-Moll. Ein bisschen schwieriger. Ansatz zum Barré. Und das D-Moll. Am Anfang ist es cool, wenn du dir eine kleine Akkordübung dazu aufschreibst, indem du alle Akkorde hintereinander wegschreibst und diese erstmal durchgehst. Das bedeutet zuerst das F. Wir gehen es einfach normal durch. Das F7. Das B-Flat. Dann das D7. Greife ich auch schon als Barré. Dann das G7. Das C7. Ein G-Moll. Dann das B-Flat-Moll. Und das D-Moll. Ich persönlich habe folgenden Rhythmus genommen. Und zwar spiele ich die ganze Zeit Ab, 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 auf, ab, 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 ab. Oder wenn ich es in C-Zeiten ausdrücke, habe ich quasi 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und. Okay? Das ist also mein Rhythmus. Wir spielen das Ganze mal zusammen. Text und Akkorde laufen unten mit. Und ich wünsche dir viel Spaß. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Lachst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist Und etwas Appetitliches Dann nimm es dir, egal von welchem Fleck Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt Ich geh nicht vor dir, auch nicht für Geld Die Bienen summen in der Luft Erfüllen sie mit Tonig Luft Und schaust du unter den Steinen Wehst du Ameisen, die hier gut gedeihen Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir Es kommt zu dir Das war Probier's mal mit Gemütlichkeit Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben Schaut gerne rein Bucht den Ukulele-Crash-Kurs für zu Hause Und bis demnächst Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao